Der Freitag war häufig eher von der trüben und auch nassen Sorte am Königssee, rieselten dazu ein paar Schneeflocken. Weiter im Norden, wie zum Beispiel in Hannover, gab es zumindest ein paar Lichtblicke. In der Nacht haben wir es nochmal mit Schnee und auch Regen zu tun. Diese Niederschläge ziehen so langsam weiter nach Süden und lokal kann es eben besonders im Osten und Süden auch durch gefrierenen Regen sehr glatt sein. Also bitte Vorsicht! Im Westen und Norden bleibt es häufig trocken, aber es gibt auch wieder viel Nebel. Die Temperaturen verbreitet frostig, an den Alpen kühlt es bis auf minus 5 Grad ab. Tagsüber verziehen sich dann die letzten Schneeschauer hier im Osten. Es bleibt verbreitet trocken, aber auch häufig stark bewölkt oder auch neblig. Am meisten Sonnenschein gibt es Richtung Alpen. Mehr als 5 Grad entlang des Rheins werden es nicht. Am Sonntag und Montag setzt sich dann eher ruhiges Wetter bei uns durch. Nebel in den Niederungen, Sonnenschein besonders in den höheren Lagen und dann sogar Höchstwerte von bis zu 10 Grad.